Ja, hier wird kräftig gebaut. Ihr seht hier schon, Canami-Teile, Rohre. Das Ganze nennt sich hier The Queue. Das bist du und dein Quartier. Das sind natürlich dumme Sprüche. Das Quelleareal wird wiederbelebt zum neuen Lieblingsquartier mit Flair. Dein Ort zum Leben, Arbeiten, Einkaufen, Wohlfühlen. Gerchgrub hat sich das hier gesichert. Das ist natürlich für die ein Riesengeschäft, das alles zu bauen. Da wird Wasser abgepumpt. Und da drüben, das war mal auch ein großes, großes bekannte Unternehmen, aber das war mehr in die 70er. Triumph Adler, die haben damals hier, das Triumph Adler, haben damals Schreibmaschinen gebaut. Und gleich daneben hier war AEG.